Diamond Hands kaufen weiterhin Bitcoin. Langfristige Anleger, die als Diamond Hands bekannt sind, kaufen weiterhin nach. Laut einer Analyse von CryptoQuant stoßen Investoren, die ihre Bitcoin weniger als 155 Tage halten, ihre Positionen ab. In den letzten Monaten haben kurzfristige Anleger vor allem im Juli und August ihre Positionen deutlich reduziert. Gleichzeitig sind die Bestände von langzeitorientierten Investoren gestiegen, was auf Marktstabilität hinweist. Die Marktstimmung deutet ebenfalls auf eine Erholung hin, obwohl kurzfristige Kursrutsche möglich sind. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.